Ganz allein bin ich mit meinem Vogel, wie er mir gehorcht, wie er mich durch die Lüfte trägt. Eine Dummheit könnte mich das Leben kosten, aber dies ist es ja gerade, was mich reizt, was mir dieses stolze und freie Gefühl gibt. Warum hat meine Mutter das gemacht? Warum ist sie in die Höhe geflogen? Warum hat sie das Limit gesucht? Sportlich war sie sehr, vielleicht war es die sportliche Note, vielleicht war es auch Konkurrenz. Das war schon ein Abenteuer, das hat sie gesucht. Ihre Jugend war nicht so einfach. Sie hat ihre Mutter sehr, sehr früh verloren. Da war sie knapp drei Jahre alt und ihr Vater hat sie auch schon mit 19 verloren. Sie ist dann auf ihren eigenen Beinen gestanden. Der Name Porsche war noch nicht bekannt, das war eine Sensation. Die Ästhetik der Karossé hat sie angesprochen, da bin ich sicher. Sie hat ja den Wagen gekauft, musste aber noch das Auto zur Verfügung geben für die Messe in Genf. Also diese Sensation musste sie noch mal kurz hergeben, bevor sie dann dieses Auto selber fahren konnte. Der Porsche war natürlich damals, da hat man gesagt, man macht etwas, was ganz speziell ist. Das ist ja eine Manufaktur gewesen und ich glaube, das hat sie vielleicht auch gereizt. Dieses ganz einmalige Modell, welches damals eben in Handarbeit gebaut wurde. Meine Mutter ist gern gefahren, aber dass sie sich dann sowas geleistet hat damals, Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie vielleicht auch mal der Männerdomäne auch mal sagen wollte. Ich kann das auch. Fliegen ist der schönste Sport. Ich habe es immer gewusst. So glücklich war ich noch nie. Sie war Ethnologiestudentin und die Ethnologie hat ihr natürlich auch die Freiheit gegeben, zu reisen, wegzukommen und nach Afrika zu fliegen. Das war sicher sehr abenteuerlich, weil da ist man mit einem einmotorigen Flugzeug im kalten Dezember losgeflogen. Auf diesen 13.000 Kilometern gab es Notlandungen. Notlandung heisst, man musste landen, runter auf irgendein Stück flache Straße, hat dann dort vielleicht den Vergaser geputzt und konnte dann wieder weiterfliegen. Das Ziel war, Tuareg zu erforschen, auch darüber zu schreiben. Sie hat auch ein Buch darüber geschrieben. In dieser Zeit hat man Felsmalereien gefunden, die offenbart haben, wie früher diese Völker gelebt haben. Sie hat die Felsmalereien natürlich studiert und dadurch auch die Gewohnheiten der Tuareg. Die Forschung und vor allem die Fliegerei hat sie aufgegeben, weil sie wusste, also Kind und Karriere. Damals konnte man nicht vereinbaren. Damals ist die Fliegerei gefährlicher gewesen und ein Unfall gegenüber zwei kleinen Knirpsen, der hief und ich. Das konnte sie nicht vereinbaren. Wurde uns auch mehr als einmal gesagt, wir haben die Fliegerei aufgegeben. Für euch. Dieser Freiheitsdrang hat sie natürlich weiterhin noch ausgelebt. Einfach frei zu sein, dorthin zu fahren, wo man will. Es waren viele Träume in ihrem Leben, die sich erfüllt hat. Das war Afrika. Das war natürlich auch der Porsche-Kauf. Das war aber auch die Segelfliegerei. Das sind alles Träume. Aber schöne Träume. Aber schöne Träume. Das war natürlich auch der Weg. Aber schöne Träume. Das war die ganze Zeit. Aber schöne Träume. Vielen Dank.